Im Rahmen der Finanzberatung mit Polizisten ist immer wieder Dienstunfähigkeit ein spannendes Thema, wo viele Kollegen Fragen haben. Deswegen möchte ich dir in diesem Video mal drei Tipps mit an die Hand geben, die du beachten solltest bei diesem Thema. Und am Ende dir auch meine persönliche Meinung sagen, ob eine Dienstunfähigkeitsversicherung nun nötig oder sinnvoll ist, damit du für dich entscheiden kannst, ob das Ganze Sinn macht. Viel Spaß! Punkt Nummer 1. BU ist nicht gleich DU. Viele Leute wissen, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung, auch BU genannt, sinnvoll ist. Und die Definition hier im Sinne einer Versicherung ist die, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung dann leistet, wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf zu mindestens 50% über einen Zeitraum von 6 Monaten hinweg oder länger nicht mehr ausüben kannst. Der Unterschied zu einer Dienstunfähigkeitsversicherung ist der, dass man im Sinne des Dienstherren dienstunfähig ist, wenn der Amtsarzt, der das Ganze bestätigen muss, sagt, dass derjenige Polizeibeamte, dass er seinen Job nicht mehr ausüben kann und dass man ihn am besten vorzeitig in den Ruhestand versetzen sollte oder eben entlassen sollte. Die Problematik hierbei ist, dass wenn man dienstunfähig ist, dass man nicht zwangsläufig berufsunfähig ist im Sinne einer Versicherung. Und so kann es beispielsweise passieren, dass du vom Dienstherr aus entlassen wirst, der BU-Versicherer allerdings nicht zahlen möchte bzw. noch einen ausführlichen Prüfprozess machen möchte, obwohl du ja jetzt viel weniger Geld vom Dienstherr bekommst. Und diese Problematik hat dazu geführt, dass es insbesondere für Beamten nicht nur die Berufsunfähigkeitsversicherung gibt, sondern eine sogenannte Dienstunfähigkeitsversicherung. Und hier solltest du darauf achten, dass dein Berufsunfähigkeitsschutz bzw. dein Dienstunfähigkeitsschutz eine sogenannte DU-Klausel beinhaltet. Hier unterscheidet man zwischen einer unechten und einer echten Dienstunfähigkeitsklausel. Eine unechte Dienstunfähigkeitsklausel würde vorliegen, wenn er zwar in seinen Bedingungen verweist, dass sie auch sich am Urteil des Dienstherrn orientieren, aber trotzdem einen eigenen Prüfprozess machen. Und das, was du brauchst, ist eine echte Dienstunfähigkeitsklausel. Und die ist im Endeffekt dann gegeben, wenn der Versicherer auf einen eigenen Prüfprozess verzichtet und sich einfach am Urteil des Dienstherrn orientiert. Das heißt, dann gibt es auch kein Wenn und Aber, wenn der Dienstherr dich in den Ruhestand versetzt und du dann weniger Geld hast, dann bekommst du auch deine Dienstunfähigkeitsrente. Und genau sowas solltest du haben, wenn du dich dagegen als Polizist absichern möchtest. Punkt Nummer 2, Versorgungsansprüche beachten. Denn nicht jeder Polizist hat gleich den vollen Schutz bei Dienstunfähigkeit. Wenn man hier die vollen Versorgungsansprüche hat, dann ist das an sich eine sehr, sehr feine Sache. Denn als Polizist bekommt man wesentlich mehr vom Dienstherr, wenn man nicht mehr arbeiten kann, als ein vergleichbarer Angestellter. Denn als Polizist sind es in etwa 60, 70 Prozent von deinem letzten Gehalt, was du bekommst bei Dienstunfähigkeit, was verhältnismäßig gut ist. Denn ein Angestellter bekommt vom Staat in der aller Regel viel, viel weniger und auch viel, viel schwerer. Das heißt, du bist da grundsätzlich gut abgesichert, aber nur, wenn du die vollen Versorgungsansprüche hast. Meistens hast du die vollen Versorgungsansprüche dann, wenn du fünf Jahre lang schon beim Land tätig bist, beziehungsweise fünf Jahre ruhegehaltsfähige Dienstzeiten hast und wenn du Lebzeitverbeamtet bist. Das Ganze kann aber abweichen, je nach Land, wo du tätig bist. Das Ganze ist übrigens auch höchst individuell, denn vielleicht hattest du, bevor du bei der Polizei angefangen hast, schon Zeiten beim Bund gesammelt, warst als Soldat tätig. Und diese kann man wiederum auf diese Zeiten anrechnen lassen. So kann es beispielsweise passieren, dass wenn du mit der Polizeiausbildung fertig bist, seit einem Jahr arbeitest und dann auch Lebzeitverbeamtet bist, dass du mit deiner Lebzeitverbeamtung und den vier Jahren Dienstzeit schon die vollen Versorgungsansprüche hast, da ein Kollege, der mit dir ab in Ausbildung war, noch nicht die vollen Versorgungsansprüche hat, weil er eben noch nicht so viel Dienstzeit angesammelt hat. Das bedeutet, die Versorgungsansprüche zu berechnen ist höchst individuell. Bei dem einen können sie gegeben sein, beim anderen nicht. Und das ist auch ganz wichtig, denn wenn du dann dienstunfähig wirst, dann haben diejenigen, die die vollen Versorgungsansprüche haben, viel, viel mehr Geld von Hause aus sozusagen vom Dienstherrn, als diejenigen, die es nicht haben. Das heißt, diejenigen, die es nicht haben, haben natürlich einen viel höheren Bedarf an Absicherung. Und insbesondere sind es die Anwärter bzw. die Leute in Ausbildung und im Studium, denn die bekommen oftmals auch gar keine Versorgungsansprüche. Die werden dann einfach entlassen und insbesondere in solchen Fällen sollte man dann natürlich ganz genau gucken, wie das mit der Absicherung aussieht. Das bedeutet, als Punkt Nummer zwei, beachte unbedingt deine Versorgungsansprüche, insbesondere in der Ausbildung und kurz danach kann es sein, dass du wenig bis gar nichts vom Dienstherrn bekommst. Und da ist es natürlich ganz besonders wichtig. Punkt Nummer drei, Angebote weichen oft von dem ab, was du dann im Vergleichsportal gefunden hast. Sagen wir mal, du erkundigst dich, welche Dienst- und Fähigkeitsversicherung für dich die beste oder auch günstigste ist und du gehst auf das Standard-Internetportal und vergleichst. Dann kann es sein, dass du ein paar attraktive Angebote bekommst, aber aufgrund dessen, dass du vielleicht vor vier oder fünf Jahren mal verletzt warst am Knie oder am Handgelenk, kann es dir passieren, dass am Ende das Angebot gar nicht so ist, wie du es im Vergleichsportal hattest. Deswegen, insbesondere wenn man sich nicht individuell beraten lässt, solltest du sehr, sehr vorsichtig sein, wo du ein Angebot einholst. Denn sagen wir mal, du hast jetzt ein günstiges Angebot gefunden, hast es beantragt und am Ende sagt dir der Versicherer zurück, wir nehmen dich nicht so wie im Angebot an, sondern nur mit Ausschluss vom Knie oder mit einem höheren Beitrag oder sonst irgendwelche Geschichten und du bist nicht zufrieden damit, dann kann es dir passieren, dass du keine weiteren Angebote beantragen kannst, weil die wollen immer Gesundheitsfragen wissen und wenn dann beispielsweise eine Ablehnung durch einen anderen Versicherer war, dann kann es dir passieren, dass du gar keine Dienst- und Fähigkeitsversicherung mehr bekommst. Deshalb unbedingt individuell beraten lassen bei dem Thema und wenn du in der Vergangenheit was mit der Gesundheit hattest, dann empfiehlt es sich hier eine sogenannte Risikovoranfrage zu stellen, denn da kannst du schon im Vorfeld erfahren, ob dich dieser Versicherer zu den angebotenen Konditionen auch wirklich versichert oder ob es hier irgendwelche Ausschlüsse gibt. Das bedeutet, du bist auf jeden Fall auf Nummer sicher gegangen und hast dann auch wirklich ein Angebot, was dann auch für dich individuell zugeschnitten ist und in diesem Sinne kann ich dir nur ans Herz legen, mach diese Risikovoranfrage, insbesondere dann, wenn du in der Vergangenheit schon gesundheitliche Probleme hattest. Diese drei Tipps solltest du auf jeden Fall beachten und meine Meinung zum Thema Dienstunfähigkeit ist, dass sie sehr, sehr sinnvoll ist und insbesondere natürlich dann eine Rolle spielt, wenn man wenig Rücklagen hat oder auch sehr, sehr viel von dem Geld, was man verdient, wieder ausgibt, was erfahrungsgemäß auch gut mal sein kann. In diesem Sinne ist es sehr sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, aber es ist keine Must-Have-Versicherung. Je nach deiner individuellen Finanzsituation, wie du da aufgestellt bist, kann es auch mal sein, dass alleine das, was du vom Dienst her bekommst, schon sehr, sehr guter Schutz ist und dass du nicht unbedingt eine Dienst- und Fähigkeitsversicherung brauchst, aber das ist höchst individuell zu betrachten. Ich hoffe, du hast was gelernt und ich freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.